So, wie machen wir es jetzt? Kommen Sie hier hin? Herr Winter ist da. Ihr könnt schon wieder kommen. Danke. Ja, ich will da kurz noch die Gelegenheit geben für zwei, drei Fotos. Dann würde ich die Kollegen Fotografen bitten, einmal das Fotografieren hier vorne einzustellen. Das wäre ganz nett, weil das ansonsten sehr stört. Vielen Dank. Dann starten wir. Schönen guten Tag zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz, die Ihnen, die euch die Gelegenheit bietet, einige Fragen zu stellen. An die drei Herren hier oben, unseren Präsidenten Werner Gegenbauer, den Inhaber, Gründer und Vorsitzenden unseres Partners, der Tenor Holding, Lars Windhorst, und unseren Geschäftsführer Sport, Michael Preetz. Wir würden ganz gerne vom Ablauf her so beginnen, dass zunächst unser Präsident das Wort hat. Es gibt Eingangsstatements und dann gibt es für euch, für Sie die Fragen, die Möglichkeit zu fragen. Bitte dann kurz, weil wir in der Runde noch zum ersten Mal zusammensitzen, einmal kurz dann Namen nennen, bitte, und das Medium. Das wäre ganz nett. Herr Gegenbauer, Sie haben das Wort. Ja, auch von meiner Seite aus, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam auf dem Podium sitzen. Der Anlass ist ja klar, wir brauchen ja nicht weiter darauf eingehen. Aus meiner Sicht, und damit vertrete ich die Sicht des Vereins, ist ganz klar, diese jüngste Entwicklung war natürlich überraschend. Das war nicht nur für Sie so, es war für uns auch so. Und meine einzige klare Aussage dazu kann die sein, dass Jürgen Klinsmann damit natürlich nicht nur Hertha BSC, sondern auch das gemeinsame Projekt verlassen hat. Das ist eine Feststellung. Ich möchte einen Punkt anmerken, weil der in den letzten Tagen immer wieder, auch jetzt noch mal verstärkt kam, nämlich die Frage, wie das so ist mit seinem Arbeitsverkehr. Das kann ich dann an dieser Stelle hier schon mal sehr deutlich sagen. Natürlich gab es einen Arbeitsvertrag, es gab einen mündlichen Arbeitsvertrag. Es war seit dem 27.11. und seit dem 2.12. nach ihm auch ein schriftlicher Arbeitsvertrag vor als Cheftrainer. Und am 27.11. hat er bereits schriftlich bestätigt gehabt, dass aufgrund seiner Anstellung als Trainer der Lizenzspielermannschaft sein Verhältnis als Aufsichtsrat ruht. Also insofern kann ich nur sagen, natürlich gab es einen gültigen Arbeitsvertrag. Ich möchte ansonsten einfach noch mal sagen, es wird von außen, offensichtlich ist da der Eindruck entstanden, dass hier das Chaos ausgebrochen ist. Ich will auch da keinem seine Meinung nehmen. Ich kann nur sagen, ich habe den Eindruck aus meiner Warte, dass hier sehr geordnet, sehr geordnet gearbeitet wird. Und ich muss auch mal sagen, also am Dienstag früh gegen neun hat Jürgen Klinsmann sich verabschiedet. Danach gab es ein ordnungsgemäßes Training. Dann gab es eine Information der Mannschaft. Dann gab es eine Telefonkonferenz des Aufsichtsrates. Es gab die Information an die Öffentlichkeit und es war mit dem Trainerteam klar, wie es weitergeht. Dazu wird ja Michael Pries nachher was sagen. Gestern hatten wir eine Präsidiumssitzung, in der sowohl die Vergangenheit als auch jetzt die nähere Zukunft besprochen wurde. Und Michael Pries sämtliche Unterstützung gesagt wurde. Also ich will einfach mal an diesem Ablauf nur mal klar machen, dass es natürlich am Dienstag ein Schock war. Aber ich will auch klar machen, dass mein Dank hier sowohl Michael Pries als auch den Mitarbeitern gilt, die das in dieser Form bewältigt haben, dass hier in dem normalen Ablauf jedenfalls keine Störungen zu erkennen waren. Und das ist dann auch erstmal mein Abschlusssatz für die Fragen nachher schließe verständlich zur Verfrühung. Und ich freue mich dann, das Wort an Lars Windhorst übergeben zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gegenbauer. Meine Damen und Herren, trotz der doch schwierigen Nachrichten, die wir jetzt hatten, freue ich mich heute hier zu sein und Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf diesem Podium noch einmal kurz zu erläutern als Eingang, warum mein Unternehmen im Sommer letzten Jahres bei Hertha BSC investiert hat und warum wir trotz des Rückschlags, den wir durch den unerwarteten Rücktritt von Jürgen Klinsmann jetzt zu verkraften haben, weiter sehr motiviert und sehr engagiert als Investor die Hertha BSC begleiten werden und sich an den Plänen überhaupt gar nichts geändert hat. Wir haben damals nach vielen Monaten Gesprächen mit der Geschäftsführung und dem Präsidium von Hertha BSC uns entschlossen, im Sommer einen doch erheblichen Betrag in Hertha BSC zu investieren, weil wir der festen Überzeugung waren, dass so ein traditionsreicher Hauptstadt-Club das Potenzial hat, langfristig ein in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa bedeutender Fußballklub zu werden. Deutschland ist eine Fußballnation und Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Der Klub hat eine traditionsreiche Geschichte, tolle, engagierte Mitglieder und Fans und einfach eine Bühne und ein Potenzial, das in den letzten Jahrzehnten nie voll ausgeschöpft werden konnte. Wir haben investiert, nicht mit der Absicht, kurzfristig Profit daraus zu schlagen und kurzfristig die Anteile unter Umständen wieder zu veräußern. Unser Investment ist reines Eigenkapital. Das heißt, wir haben in die Hertha BSC Eigenkapital investiert und Eigenkapital dem Verein zur Verfügung gestellt. Ich betone das deswegen, weil es in der Öffentlichkeit teilweise nicht richtig verstanden worden ist und es Spekulationen gab, ob das Geld, das wir investiert haben, irgendwann mal zurückverlangt werden kann oder ob es ein unsicheres Investment ist für Hertha und es mal Probleme damit geben kann. Das ist absolut ausgeschlossen, denn wie gesagt, Eigenkapital ist grundsätzlich nicht rückzahlbar, sondern steht eben dem Verein für immer als Geld zur Verfügung. Als wir investiert haben, war uns klar, dass ein Investment in das Fußballgeschäft nicht vergleichbar ist mit all unseren anderen Investments und dass es eine besondere Branche ist und ein besonderes Geschäftsfeld ist. Deswegen ist auch klar, dass das Fußballgeschäft nicht zu 100% berechenbar sein kann, wie vielleicht andere Geschäfte. Also war uns klar, dass wenn wir uns verpflichten und committen, 224 Millionen Euro zu investieren, dass der Zeitplan sich verschieben kann, dass das Geld vielleicht nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen und dass wir bereit sein müssen und in der Lage sein müssen, auch weiteres Geld zusätzlich zu den 224 Millionen Euro zu investieren. Das war uns klar und unter diesem Aspekt haben wir investiert. Wir haben auch nicht investiert, weil wir geglaubt haben, dass Hertha BSC, ein Verein, der seit Jahrzehnten ein großes Potenzial gehabt hat, aber, das muss man natürlich auch feststellen, in der Mittelklasse war und nicht im oberen Segment war. Wir haben also nicht investiert, weil wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Natürlich nicht. Ein Verein mit wenig Geld und ein Verein mit dann viel mehr Geld kann und soll nicht genau der gleiche Verein sein, sondern er soll sich weiterentwickeln. Er soll nach vorne gehen, er soll Fortschritte machen, er soll sich Ziele setzen, aber natürlich mit Augenmaß, mit langfristiger Perspektive und ich habe damals viele Kritiker gehabt in meinem eigenen Unternehmen, die gesagt haben, bitte walte Vorsicht, es gibt die 50 plus 1 Regel, auf was lassen wir uns hier ein? Wir haben keine Kontrolle, wir haben nicht wie bei anderen Investments die Durchgriffsmöglichkeit und ich habe dann nach vielen Gesprächen mich entschlossen, speziell auf den Verein, aber auch vor allen Dingen auf den Präsidenten Herrn Gegenbauer zu vertrauen und ich habe das Wort von Herrn Gegenbauer bekommen, dass er als Vertreter des Vereins das Ziel, was wir haben, genauso sieht und genauso mitgehen möchte und mitgehen will. Das Ziel ist klar, kurzfristig aufgrund der unerwarteten Lage der letzten sechs Monate, sieben Monate müssen wir uns auf den Klassenerhalt fokussieren, das ist von allen Beteiligten immer so gesagt worden. Das Ziel für das nächste Jahr aus meiner Sicht ist auch ganz klar, das ist Europa, wir müssen in die europäischen Plätze kommen und das langfristige Ziel ist auch klar, wir müssen in Europa uns etablieren und in Deutschland uns oben etablieren. Man muss sich Ziele setzen, anders kann man keine Geschäfte führen, keine Unternehmen führen und letztendlich ist ein Verein zwar kein Unternehmen, das ist sicherlich mir auch klar, aber trotzdem glaube ich ganz fest daran, dass man sich Ziele setzen muss und an Zielen arbeiten muss, sich an Zielen messen lassen muss und ich persönlich muss Ihnen heute sagen, dass ich überhaupt keinen Grund habe, aufgrund der Erfahrung der letzten Monate mit dem Verein, mit dem Präsidenten, mit der Geschäftsführung, dass es irgendjemanden gibt, der nicht die gleichen Ziele hat und diese Ziele auch verfolgt und der eindrucksvolle Beweis war vor kurzem der Abschluss der Wintertransferperiode, wo Hertha BSC dank der guten Arbeit des Vereins in Koordination mit allen Beteiligten dort das größte Investment weltweit aller Bundesliga-Klubs durchgeführt hat, aller Fußballvereine durchgeführt hat und das ist glaube ich auch ein klares Zeichen gewesen, dass alle dieses Ziel ernst nehmen. Das soweit aus meiner Perspektive, so weit wie möglich und so kurz wie möglich zusammengefasst für Sie, wie ich die Situation sehe. Natürlich, um das mit dem ursprünglichen Aufhänger für diese Pressekonferenz auch dann abzuschließen, bedauere ich es sehr, dass Jürgen Klinsmann uns sehr abrupt verlassen hat. Ich habe mit Herrn Klinsmann auch danach telefoniert, er hat sich entschuldigt, ihm tut das sehr leid und ich denke, er bereut auch die Entscheidung. Das ist etwas, was glaube ich sehr emotional war für ihn. Ich glaube nach wie vor, dass es ein Gewinn war, dass wir Jürgen Klinsmann für Hertha BSC engagieren konnten und als die für uns alle, glaube ich, überraschende Nachricht kam, dass er so leidenschaftlich dabei war im Winter, dass er sogar bereit war, längerfristig sich zu engagieren, also sechs Monate, ist er von allen mit Freude aufgenommen worden und ich bedauere im Nachhinein, dass wir es nicht geschafft haben, das dann ganz schnell auch dingfest zu machen, um ihn dann auch zu halten. Denn wir haben schnell gemerkt, dass gerade bei Werbeeinnahmen, bei Sponsoren der Name so viel Zugkraft hatte, dass wir dort in kurzer Zeit auch finanziell für den Verein große Erfolge eingefahren hätten. Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar jetzt weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist. Leider ist die Art und Weise des Abgangs so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine zielführende und konstruktive Zusammenarbeit mit ihm und allen anderen beteiligten Personen so in dieser Form nicht fortführen können. Ob wir in Zukunft, wenn sich in einigen Monaten dann mal die Wogen geglättet haben, in anderer Form auf ihn und auf seinen Rat noch mal zurückgreifen können, das muss man dann sehen. Ich schlage niemals Türen zu, ich schlage auch niemand K.O., wie das heute in einer Zeitung berichtet wurde. Aber es ist einfach bedauerlich, dass der Abgang so abrupt war und dementsprechend der Jürgen Klinsmann leider dadurch viel an seiner Glaubwürdigkeit hier bei allen Beteiligten verloren hat, was wirklich schade ist und traurig ist. Aber wir müssen damit jetzt leben. Wir schauen nach vorne und wir schauen geschlossen nach vorne und werden uns jetzt mit aller Kraft dem Verein widmen und dafür sorgen, dass wir positiv mit maximal guter Energie nach vorne schauen, uns weiterentwickeln und den Verein stabilisieren und dann in der nächsten Saison nach vorne bringen. Das soweit von meiner Seite und übergebe hiermit gerne an den Michael Preetz. Vielen Dank, lieber Lars, für die klaren Worte. Ich möchte gerne auch von meiner Seite aus noch mal ein bisschen darüber berichten, wie ich insbesondere den letzten Dienstag wahrgenommen habe und die Entscheidung, die Jürgen Klinsmann am letzten Dienstag getroffen hat. Wir haben das in dem Statement schon gesagt. Sie hat uns völlig überrascht. Sie kam für uns auch aus heiterem Himmel. Es gab aus meiner Sicht überhaupt keine Anzeichen für einen solchen Schritt, nicht aus der Zusammenarbeit der letzten Wochen, schon gar nicht aus der Verbindung zwischen ihm und mir über die letzten Jahre, die aus meiner Sicht immer in einem konstruktiven Austausch und auch in einer vertrauensvollen Art und Weise geführt wurden. Ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, seit 1986. Ich glaube, ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich vieles erlebt zu haben. Das, was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu, weil es mir und uns als Hertha BSC eben auch überhaupt keine Chance gelassen hat, in einen Austausch zu kommen. Ich möchte das noch mal klar sagen. Ich bin hier verantwortlich bei Hertha BSC und versuche, meine Verantwortung immer so zu leben, dass ich ausschließlich das Wohl und Wehe von Hertha BSC in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stelle. Und wenn ich darüber nachdenke, wie man Verantwortung gerecht werden kann, dann meint das auch, dass da, wo möglicherweise schwierige Situationen auftauchen, dass man das gemeinsame Gespräch sucht, um Dinge möglicherweise gemeinsam zu überwinden. Das ist nicht passiert. Und insofern haben wir die Situation, so wie sie seit dem Dienstag ist, den unmittelbaren Rücktritt von Jürgen dann hinzunehmen. Und natürlich aber in einer Situation, in einer sportlichen Situation, in der wir uns befinden, den Blick nach vorne zu richten. Der Präsident hat es gerade gesagt. Dienstagmorgen sind wir wirklich kalt erwischt worden. Unser ganzer Fokus gilt jetzt darauf, uns vorzubereiten auf das Spiel. Natürlich am Samstag in Paderborn und auch auf die nächsten Wochen. Wir werden das machen mit Alexander Nuri und Markus Feldhoff und seinem Team. Und der ganze Fokus ist darauf gerichtet, dass wir so schnell wie möglich in diesen jetzt sehr wichtigen Wochen in der nächsten Zeit mitspielen, natürlich auch gegen Mannschaften, die in unmittelbarer Konkurrenz zu uns stehen, die notwendigen Punkte zu holen. So viel zunächst mal von meiner Seite. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann eröffnen wir die Fragerunde noch mal bitte mit dem Hinweis, kurz Namen und Medium zu nennen. Wer beginnt? Fangen wir bei Thomas Kulski an. Silvia, die Sekunde. Ganz kurz, das Mikro kommt. Ja, wir haben Mikro, ist besser. Thomas Kulski, ZDF. Herr Winterhorst, wie sind Sie eigentlich auf Jürgen Klinsmann als Ihrem Mann im Aufsichtsrat gekommen? Hat er sich beworben? Und müssen Sie heute sagen, Sie haben sich in ihm getäuscht? Wir haben, kurz nachdem wir uns bei Hertha BSC engagiert haben, verschiedene mögliche Kandidaten für eine Funktion des sportlichen Beraters der Tanner Holding und auch für dann die Funktion des Aufsichtsrates bei der Hertha BSC uns angeschaut und dort Gespräche geführt. Und selbstverständlich war Jürgen Klinsmann da einer der Wunschkandidaten. Er ist eine Ausnahmeperson und ein absoluter Weltfußballer und Weltstar und hat eben, wie wir alle wissen, eine unglaubliche Strahlkraft, die dem Verein hier gut getan hat, gut getan hätte. Und von daher war er einer von vielen Gesprächen, die wir geführt haben. Und wir haben dann eben schnell gemerkt, dass er sich sehr leidenschaftlich auch für das Projekt Hertha BSC erwärmt hat und begeisterungsfähig war. Und somit konnten wir uns dann schnell mit ihm einigen und ihn dann gewinnen, an Bord zu kommen. Ob ich mich in ihm getäuscht habe, das ist so einfach nicht zu beantworten. Es ist bedauerlich und das sieht der Jürgen Klinsmann selbst so, dass er dort eine, ich nenne es mal, Kurzschlusshandlung vollzogen hat. Ich habe schon gesagt, das ist nicht akzeptabel. Das kann man als Jugendlicher vielleicht machen, aber im Geschäftsleben, wo man unter Erwachsenen ernsthafte Vereinbarungen hat, da sollte sowas nicht passieren. Und das sieht er jetzt auch so. Leider ist das Kind jetzt im Brunnen gefallen. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich mich in ihm als Mensch und als Kapazität im Fußball getäuscht habe. Im Gegenteil, die ersten Wochen hier bei Hertha BSC haben gezeigt, wie er sich mit Leidenschaft und Energie eingebracht hat und wie auch sein Name international Anklang gefunden hat. Wir waren kurz davor, auch aufgrund seines Zutuns wirklich große neue Sponsoren für Hertha BSC an Land zu ziehen. Und von daher war das alles auf einem guten Weg und ist eben umso bedauerlicher, dass es jetzt so geendet hat. Dann machen wir hier direkt weiter. Hi, Max Dinkelacker, Freunde, auch an Herrn Winterhorst eine Frage. Sie sind jetzt seit acht Monaten ungefähr im Klub, haben ja nicht wenig Geld investiert. Jetzt ist der zweite Trainer weg, die Mannschaft ist immer noch 14. Und die letzten Tage waren PR-mäßig wahrscheinlich auch nicht so günstig. Macht sich bei Ihnen jetzt schon so ein bisschen Ernüchterung breit? Haben Sie sich das im Sommer ein bisschen leichter vorgestellt? Nein, überhaupt keine Ernüchterung. Ich bin das gewohnt. Ich bin jetzt 27 Jahre Unternehmer und bin es gewohnt, dass Projekte sich verzögern können, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Und das bringt mich zum einen überhaupt nicht aus der Ruhe und zum anderen bringt mich das in keinster Weise von dem Ziel ab und auch dem Glauben an Hertha BSC und an das Ziel, was wir mit Hertha BSC erreichen können. Das sind hier kurzfristige Momentaufnahmen, die keinen Einfluss auf eine 10-Jahres- und 20-Jahres-Strategie und ein 10-Jahres- und 20-Jahres-Engagement haben. Machen wir gleich da weiter. Ja, Marc Schmiel hier von RTL und NTV. Herr Preetz, Herr Jürgen Klinsmann hat sich gestern auch sehr deutlich gegen Sie gerichtet. Er hat gesagt, dass er nicht gut damit klarkommt, wenn Sie nicht immer auf der Bank sitzen, Kommentare abgeben. Wurde vorher denn nicht über Kompetenzbereiche gesprochen? Mit was für einem Bild ist er in dieses Engagement gegangen und welche Gespräche hatten Sie vor dem Trainerengagement? Wir haben Ende November ja in einer Phase, nach der wir uns entschieden haben, Ante Czavic zu beurlauben, die Gespräche mit Jürgen geführt und uns darauf vereinbart, dass wir mit ihm als Cheftrainer zusammenarbeiten mit logischerweise allen Kompetenzen, die ein Cheftrainer hat, die am Standort bei Berlin hier bei Hertha BSC genau die gleichen sind wie in jedem anderen Bundesliga-Klub auch. Das ist völlig klar. Wir haben darüber hinaus eine Zusammenarbeit vereinbart, die bis zum Ende dieser Saison gilt. Und es war klar, dass die wichtigste Aufgabe im ersten Moment mal ist, Punkte zu sammeln, die Mannschaft aus dieser schwierigen Situation zu befreien, was ja auch gelungen ist. Darüber hinaus gab es, so wie Lars Winter es ja gerade auch gesagt hat, Zeichen von Jürgen dann Anfang des Jahres, dass er sich eine weitere Zusammenarbeit als Cheftrainer bei Hertha BSC vorstellen kann. Und dann gibt es in der Tat unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Rolle als Cheftrainer definiert ist. Und da, und das ist richtig, sind wir nicht übereingekommen auf der Strecke bis hierhin, bis er zurückgetreten ist oder bis er hingeworfen hat. Das ist richtig. Dinge, die ich da gestern gehört habe, allerdings, dass ich auf der Bank sitze und dass ich irgendwie engagiert an der Seitenlinie auftauche, das sind keine Dinge, die jemals wir miteinander besprochen haben. Und das ist das, was ich meinte. Wenn möglicherweise Problemfelder auftreten, wenn Konfliktsituationen irgendwo da sind, dann bin ich das gewohnt, dass man die miteinander thematisiert und bespricht und versucht zu lösen. Das kann man nicht, wenn man sich umdreht und davonläuft. Ich nehme einmal bitte das Mikro wieder zurück, Johannes. Und dann bitte als nächstes der Herr, der da hinter dir steht. Michael Kleinespray-Radio. Herr Windhorst, werden Sie Jürgen Klinsmann aus dem Aufsichtsrat abberufen? Und Michael Preetz, Sie haben gesagt, nächsten Wochen, Nuri und Feldhoff, gilt das für die nächsten vier schwierigen Spiele? Werden Sie definitiv die Mannschaft betreuen? Zum Aufsichtsrat habe ich mich ja bereits geäußert. Ich glaube, das war klar. Rein technisch ist es so, dass Herr Klinsmann aktuell gar nicht Mitglied des Aufsichtsrats ist. Das Mandat ist ruhen gelassen worden. Und er wird aus Sicht der Tenorholding jetzt nicht in den Aufsichtsrat wieder hineinberufen. Aus den Gründen, die ich eben erläutert habe. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir werden mit Alex Nuri, Markus Feldhoff und mit seinem Trainerteam jetzt in die nächsten Wochen gehen. Wir wissen alle, dass wir schwere Aufgaben vor der Brust haben. Und vor allen Dingen Aufgaben vor der Brust haben, wo wir in den nächsten Wochen punkten müssen. Das ist keine Frage. Und Sie werden von mir hier keine andere Aussage hören als die, dass ich schon der Meinung bin, dass gerade auch vor dem Hintergrund dieser kurzfristigen Ereignisse diese beiden auf jeden Fall die volle Unterstützung verdienen, die Mannschaft vorzubereiten, in diesen nächsten Wochen zu führen. Und wir hoffen gemeinsam und sind davon überzeugt auch, dass wir die nötigen Punkte holen werden. Dann machen wir hier vorne weiter bei Florian Lütticke. Florian Lütticke, Deutsche Presseagentur. Herr Windhorst, schon im letzten Jahr gab es Berichte über möglichen Börsengang. Für uns als Investor bei Hertha BSC ist das zunächst ein Thema, was erstens nicht wirklich relevant ist und zum anderen liegt das bei den Gremien und muss in den Gremien von Hertha BSC besprochen werden. Von daher möchte ich mich dazu nicht äußern. Aber es ist für uns als Investor weder kurz- noch mittelfristig relevant, da wir, wenn notwendig, bereit sind und in der Lage sind, weiter in den Verein zu investieren. Und das geht sowohl mit als auch ohne Börsengang. Also von daher ist für unser weiteres Engagement kein Börsengang erforderlich. Und deswegen ist es eine Frage, die sich jetzt aktuell nicht konkret für mich stellt. Bitte weiter nochmal bei Thomas Gulski, dann Sky Sport News und dann kommen wir zu dir. Ja, Thomas Gulski nochmal. Michael Preetz, ich muss da nochmal nachfragen. Sie sagen, Jürgen Klinsmann hat sich nie an Sie gewandt mit der Bitte, sitzt du bitte nicht auf der Bank. Ich möchte künftig ein technischer Direktor sein nach dem Stile England Premier League. Von seiner Seite hat es nie ein Gespräch diesbezüglich gegeben. Also zur ersten Frage, es hat nie ein Gespräch dazu gegeben, dass ich möglicherweise nicht auf der Bank sitzen soll. Zur zweiten Frage, es hat einen inhaltlichen Dissens darüber gegeben, welche Kompetenzen ein Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga haben soll. Wo fangen die an, wo hören die auf? Und ich sollte das vielleicht mal an dieser Stelle klar machen. Da ging es nicht um völlig offensichtliche Dinge wie, natürlich hat er die völlige Freiheit bei der Aufstellung der Mannschaft und bei der taktischen Ausrichtung und bei Einwechslungen und sonst was. Das ist ja völlig klar, aber es ist schon so, dass wir hier in einer Struktur arbeiten, in der zwei Geschäftsführer dafür verantwortlich sind, die Geschäfte für Hertha BSC abzuwickeln und zu leiten. Das ist unser Auftrag. So sind wir eingesetzt worden vom Präsidium von Hertha BSC und dieser Aufgabe kommen wir nach. Und es gab natürlich auch in den Jahren zuvor ja immer einen intensiven Austausch mit ihm dazu, dass ich immer gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass du eines Tages mal hier bei Hertha BSC als Cheftrainer arbeitest. Und eben diese ganze Strahlkraft, die du hast, dann auch zum Nutzen des Vereins einbringen kannst mit einem starken Trainerteam. Und es gab immer so den Ansatz, ja, wenn ich irgendwas machen möchte, dann muss ich alles entscheiden können. Du kannst in einer Zusammenarbeit, gerade mit dir, glaube ich, kannst du wunderbar wirken, weil ich in meinem ganzen Leben, jeder, der mich kennt, immer Teamplayer war und meine Aufgabe immer als solches verstehe. Aber in jedem Unternehmen muss es einen geben, der am Ende das letzte Wort hat. Und das ist in diesem Fall bei uns, das ist das letzte Wort von Ingo Schiller und von mir. Und das ist aus meiner Sicht und aus unserer Sicht a. zu beachten und b. auch unverrückbar und somit auch unverhandelbar. Bitte dir bitte, Thomas. Raul. Ja, Raul Christen für SkySport News HD an Herrn Windhorst. Den Posten im Aufsichtsrat, der muss ja vermutlich neu besetzt werden. Was schwebt Ihnen davor? Welchen Berater mit Fußballfachkompetenz ziehen Sie heran? Beziehungsweise ist da ein weiterer großer Name jetzt zu erwarten? Was schwebt Ihnen vor? Wir werden da zeitnah innerhalb der nächsten Monate, ohne Zeitdruck, aber zeitnah, zwei Aufsichtsratsposten bei Hertha BSC von Instagram, vier Aufsichtsratsposten, die uns als Gesellschafter zustehen, werden wir neu besetzen. Oder werden wir besetzen? Einer war noch gar nicht besetzt. Und da werden wir natürlich auch darauf achten, dass wir sportliche Fachkompetenz wieder dort mit im Bord haben. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wünschenswert, jemanden zu haben, der eine gewisse Glaubwürdigkeit und auch Strahlkraft hat. Und da müssen wir in den nächsten Monaten sehen, mit wem wir uns dann dort einigen. Und zur gegebenen Zeit werden wir das dann bekannt geben. Steffen Rohr vom Kicker. Herr Windhorst, Michael Pretz hat gerade gesagt, dass ein Austausch mit Jürgen Klinsmann aufgrund der Dynamik der Ereignisse am Dienstag nicht möglich war. Sie standen in der Informationskette ein bisschen weiter vorne, nach allem, was man hört. Haben Sie versucht, Jürgen Klinsmann umzustimmen? Ich habe leider auch erst am Dienstagvormittag eine Nachricht von ihm bekommen mit der Ankündigung, dass er jetzt den Rücktritt vollzieht. Und wir haben dann kurze Zeit danach gesprochen. Ich war leider selber in einem Boardmeeting, in einer Aufsichtsratssitzung und hatte mein Handy nicht direkt vor mir und habe dann die Nachricht vielleicht eine Viertelstunde zu spät gesehen. Und als ich ihn dann am Telefon hatte, wurde dann schon leider der Vollzug gemeldet, sodass es dann schwierig war, das Ganze noch umzudrehen. Nein, es ist ja leider heute mit der Schnelligkeit der sozialen Medien so, wenn einmal so eine Meldung auf Facebook raus ist, kann man sie nicht mehr einfangen und zurückrufen. Von daher war mir klar, tragischerweise und unglücklicherweise war das dann eigentlich nicht mehr zu retten, weil die Meldung halt schon raus war. Michael Horeni, Frankfurt Allgemeine Zeitung. Herr Windhorst, können Sie Ihr zeitliches Engagement konkretisieren, dass Sie bei Hertha GBSC eingehen wollen? Und auch in welcher Range so Ihre Renditeerwartung bei diesem Investment gelegen hat oder liegt? Gerne. Die zeitliche Range kann ich Ihnen da konkretisieren. Das habe ich auch, glaube ich, mehrmals schon erwähnt und wiederhole das hier gerne. Wir gehen fest davon, oder ich gehe fest davon aus, wir gehen fest davon aus, dass wir hier in jedem Fall weit über zehn Jahre engagiert bleiben. Das kann auch 20, 30 Jahre sein. Das ist natürlich in so langen Zeiträumen schwer, jetzt heute festzulegen, seriös. Aber gehen Sie davon aus, dass es mindestens über zehn Jahre sein wird. Und es spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, dass es auch 20, 30 Jahre sein wird. Aber es ist sehr, sehr langfristig ausgelegt. Sicher nichts für drei oder fünf Jahre, sondern weit darüber hinaus. Das ist das eine. Und wir werden sicherlich, falls es irgendwann weitere Kapitalmaßnahmen gibt, unseren Anteil nicht verringern, sondern mindestens halten oder eher aufstocken, wenn es die Gelegenheit gibt. Das Zweite ist, dass wir in Hertha BSC nicht investiert haben mit Renditeerwartungen. Das hört sich vielleicht jetzt für Sie befremdlich an, das von einem Finanzinvestor zu hören. Aber es gibt immer zwei Arten von Investments. Es gibt Rendite- und Cashflow-Investments, wo Sie kurzfristig, entweder sofort oder in wenigen Jahren, eine Rendite in Form von Dividenden erwarten. Oder es gibt Value-Investments, wo Sie hoffen und davon ausgehen, dass über einen längeren Zeitraum von fünf, zehn, fünfzehn Jahren dort ein langfristiger, nachhaltiger, großer Wert entsteht. Und wir sind fest davon überzeugt, dass das hier der Fall sein kann und der Fall sein wird. Natürlich kann heute keiner genau eingrenzen, ob das fünf Jahre dauert oder sieben Jahre oder drei Jahre und ob das 225 Millionen kostet oder 500 Millionen kostet. Aber es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballklub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen. Den Grund gibt es einfach nicht. Da können noch so viele Leute noch so skeptisch sein. Das ist kein Rocket Science oder irgendwas Unergründbares, Wissenschaftliches, wo eine Formel geknackt werden muss, sondern das ist letztendlich das Fußballgeschäft. Das ist anders als an anderen Geschäften und es gibt gewisse Zutaten, die man dafür braucht. Eine wichtige Zutate, die habe ich jetzt dazu beigetragen und werde die auch weiter dazu beitragen. Und das Entscheidende ist, dass alle genau dieses Ziel auch wollen. Dafür habe ich das Wort vom Präsidenten, von Herrn Gegenbauer. Und ich werde ihn natürlich auch beim Wort nehmen weiterhin. Bisher habe ich keine Anlasspunkte, dass er sich nicht an seinem Wort hält. Im Gegenteil, der ganze Verein hat in den letzten sechs Monaten enorm viel bewegt, enorm viel investiert. Von daher gehe ich fest davon aus, dass sich alle an dieses Commitment halten und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen nach vorne mit Veränderungen, mit Verbesserungen und mit Zielsetzungen, an denen wir arbeiten und die wir erreichen wollen und erreichen müssen. Machen wir bei dem Kollegen vom RDA noch mal weiter. Herr Preetz, Investoren gelten ja immer als sehr großdenkend, zukunftsträchtig. Wie stehen Sie denn zu den Zielen, wenn es heißt, nächstes Jahr Europa, wie das gerade noch mal ganz klar formuliert wird? Ist das etwas, wo Sie eher als Bremser geltend dahinterstehen? Ja, das ist eine wunderbare Gelegenheit, heute hier mal mit diesen Dingen aufzuräumen. Ich glaube, es ist auch ganz wunderbar, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, etwas länger mal Lars Windhorst hier zu haben und seine Sicht der Dinge mal zu sehen. Ich glaube, Sie können sich alle vorstellen, wie die Anbahnung eines solchen Deals am Ende ja auch läuft. Das hat logischerweise mit handelnden Personen zu tun und mit einem engen Austausch zu tun. Und insofern können Sie ganz sicher davon ausgehen, dass wir natürlich alle die gleiche Zielsetzung haben. Ich würde noch einen obendrauf setzen und sagen, es wird hier niemand mehr sportlichen Erfolg haben wollen als ich selber. Das ist völlig klar. Wenn ich mir das malen kann, dann würde ich auch gerne deutscher Meister sein, die Champions League erreichen und in die Europa League gehen. Unser klares Ziel ist, dass wir das, was wir in den letzten Jahren aus meiner Sicht geschaffen haben, nämlich den Verein wirtschaftlich zu konsolidieren und ihn in der Bundesliga in einem Segment zu etablieren, wo wir sagen können, ja, wir gehören zum Mittelfeld der Liga, muss der nächste Schritt folgerichtig sein, dass wir den Anschluss an die oberen Tabellenregionen schaffen wollen und damit natürlich dann auch eines Tages nachhaltig in die europäischen Plätze einziehen können. Nur noch mal zur Erinnerung, wir haben es ja auch schon mal temporär geschafft, ohne signifikantes Investment uns dem europäischen Fußball zu nähern. Es muss das Ziel sein, dass wir das nicht nur schaffen, nach Europa zu kommen, sondern natürlich auch nachhaltig dann in Europa sich aufzuhalten, um dauerhaft Hertha BSC weiter nach vorne zu kommen. Und da wissen wir, dass das eine Aufgabe ist, der wir uns alle verschrieben haben und die wir alle mit allem Elan und mit allem Eifer angehen. Allein die Klammer, die ich immer gesetzt habe in der aktuellen Situation, ist die, dass ich gesagt habe, wir sollten nur nicht vergessen, dass wir aktuell uns im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga befinden. Den müssen wir, weil das die Voraussetzung zunächst mal ist, den müssen wir erst mal erfolgreich bestehen. Das ist die Aufgabe in dieser Saison und jetzt. Und darüber hinaus ist es natürlich dann auch die Aufgabe, für den Sommer die Nachbesetzung der Cheftrainerstelle, weil sie eine ganz zentrale Position im Verein ist, vorzunehmen. Und dann natürlich auch in den nächsten Jahren kontinuierlich an unserer Zielsetzung zu arbeiten. Machen wir hier vorne einmal weiter bei der Dame, jetzt kommen wir zu dir. Hallo, Anja Rau, ebenfalls NTV Online RTL. Frage an Herrn Pretz und Herrn Windhorst eigentlich auch. Inwieweit denn auch für die neue Cheftrainerstelle, der deutlich mehr Geld in die Hand genommen werden soll als bisher, weil Sie sprachen immer von der Strahlkraft, die auf den Club mit auswirken soll. Können wir davon ausgehen, dass nicht unbedingt die üblichen Verdächtigen wie Bruno Labbadia etc. kommen sollen? Also das würde ich erst mal aus meiner Sicht als schon beinahe despektierliche Äußerungen zurückweisen. Entschuldigung, wenn ich das sagen kann, weil wir über einen Kollegen sprechen, der in den letzten Jahren, glaube ich, in der Bundesliga sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Aber unabhängig davon ist es unsere Aufgabe, einen Cheftrainer zu finden, der mit uns gemeinsam die Ziele für die nächsten Jahre angeht, der ambitioniert ist, der ehrgeizig ist, der, glaube ich, ein Umfeld vorfinden wird, in dem er sehr vertrauensvoll mit den handelnden Personen zusammenarbeiten kann und der hier richtig was bewegen kann. Ich glaube, dass das eine Stellenbeschreibung ist, die interessant ist, das ist überhaupt gar keine Frage, aber die natürlich auch eins bedingt, dass man Planungssicherheit haben kann für die Liga, in der man spielt. Und das ist unsere Aufgabe, die wir in den nächsten Wochen zunächst mal zu bewältigen haben. Michael, Mikro kommt. Hier, Rosentritt, Tagesspiegel. Ich habe jetzt mal Fragen an Herrn Gegenbauer. Herr Gegenbauer, Herr Winthorst hat ja sein Engagement sehr an Ihr Ja-Wort sozusagen, an Ihr Wort geknüpft. Heißt das, dass wir mit einer weiteren Amtszeit, also werden Sie ein weiteres Mal kandidieren für das Präsidentenamt? Und die zweite Frage ist, was kann und was muss Härte aus dieser zehnwöchigen Zusammenarbeit mit Jürgen Klinsmann lernen? Also, ob Sie mit einer weiteren Amtszeit rechnen müssen, so sehen Sie es ja, das kann ich Ihnen noch nicht versprechen, weil das davon abhängt, ob ich gewählt werde. Aber eine Kandidatur liegt vor von mir, ja. Also, das ist so. Das andere ist natürlich, das ist genau das, was Herr Michael Preetz vorhin gesagt hat, also, man ist ja länger im Fußball und ich bin es ja vom Ehrenamt her mit weiterem Abstand, aber es gibt immer wieder Sachen, die man noch nicht erfahren hat. Und immer, wenn es einen Vorgang gibt, den Sie noch nicht erfahren haben, dann fragen Sie sich dann nochmal, wie weit die Planbarkeit ist. Ich denke mal, dass die entscheidende Lehre aus unserem ersten halben Jahr, ich sage es jetzt mal grob, ersten halben Jahr ist, dass wir völlig unstrittig, was die Ziele, was die Zukunft, was die Maßnahmen, alles das angeht, vollkommen deckungsgleich sind und dass wir an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Geschwindigkeiten uns vorgestellt haben und das werden wir in Zukunft nur noch miteinander besprechen. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist der, dass die auch bisher immer vorhandene Sorgfalt in der Frage, wer passt zur HTBSC an der einen oder anderen Stelle, weil die sportliche Situation dann ein anderes Tempo verlangt, natürlich auch schneller hinterfragt werden muss. Und das ist eine Situation, die wir jetzt sicher in Zukunft, ja, hoffentlich deshalb vermeiden können, weil wir gar nicht mehr in sportliche Situationen kommen, wo wir uns schnell um eine neue Lösung kümmern müssen. Das ist eigentlich der eine Punkt. Und der letzte Punkt, und das sage ich auch ganz bewusst, das wäre auch der Punkt gewesen, das wäre auch der Punkt gewesen, wenn mit Jürgen Klinsmann es zu einer Verlängerung gekommen wäre. Es war unabdingbar, dass wir gesagt haben, für eine Übergangszeit ist es völlig in Ordnung, wenn er zwei Hüter auf hat, also Tenor und Hertha. Spielt gar keine Rolle bis Mai. Aber wenn es eine längerfristige Vereinbarung gibt, dann möchte ich jedenfalls, dass er zu 100 Prozent zur Hertha BSC gehört. Das sind so die Punkte, die, wenn Sie schon von der Frage, welche Lehren zieht ihr denn so aus eurer Sicht, aus eurer Selbstkritik daraus, das sind die Punkte, wo ich sage, da werden wir in Zukunft vermutlich noch intensiver darauf achten, weil wir haben ja darauf geachtet und es war auch ein guter Anfang. Und es war ja auch, muss man sagen, in der Dezemberwoche, es waren ja auch wirklich gute Resultate. Und es war in keiner Situation damit zu rechnen, dass das passiert, weil alles, was da heute kolportiert wird, das ist alles ganz normal. Sie begleiten uns so lange, Sie kennen Trainernamen, wo es immer Diskussionen intern gab. Aber das ist ja nie auf die Idee gekommen, dass am nächsten Tag der eine oder andere nicht mehr da ist. Und deswegen ist aus meiner Sicht überhaupt nichts passiert, was über den normalen Gang von Gesprächen, Diskussionen und auch mal Verärgung hinausgeht. Das ist halt so, das ist ja bei Ihnen so, das ist bei uns so, dass Sie mich schöpfen. Aber es war nirgendwo zu erkennen, dass es mehr ist als das und dass es irgendeine dieser Konsequenzen, weil dann hätten wir ja sofort gegengesteuert. Das ist ja auch das, was Herr Windhorst gesagt hat. Ja, wenn die Chance da ist, natürlich hätten wir uns das sichern wollen und natürlich hätten wir uns die Strahlkampf von Jürgen Klinsmann und damit auch natürlich seine Wirkung auf internationale Werbepartner, internationale Investoren, international Interessenten an Hart der BSC gerne sichern wollen. Und das ist halt leider jetzt kaputt gegangen und ich glaube, das hat er ganz präzise gesagt. Ja, das ist schade. Aber ganz ehrlich, da gibt es auch aus meiner Sicht überhaupt keinen Weg zurück, jedenfalls nicht, was das Hart der BSC angeht. Gehen wir in die Schlussrunde, machen wir hier nochmal weiter, dann kommen wir zu der HW. Noch eine Frage an Herrn Preetz. Hat jetzt das Ende von Klinsmann irgendwelche Auswirkungen auf Arne Friedrich und seinen Job oder bleibt er? Arne Friedrich bleibt genauso dabei wie die anderen Kollegen auch, ja. Gibt es noch einmal zur anderen Seite weiter, bitte? HW? HW, Herr Kasser, der Süddeutsche Zeitung. Herr Windhorst, Sie haben viel Geld in die Hand genommen, bei Hertha investiert. Können Sie nochmal beschreiben, wie Sie Ihre Rolle bei diesem Investment leben wollen? Wie viel Macht streben Sie an über das, was Hertha machen soll, um die Ziele, die Sie sich gemeinsam gesetzt haben, umzusetzen? Es geht nicht darum, Macht anzustreben, sondern im Dialog und teilweise auch im kritischen Dialog dafür zu sorgen, dass alle Verantwortlichen gemeinsam den richtigen Weg gehen, um diese Ziele zu erreichen. Und da gibt es sicher auch mal kritischen Dialog und auch mal Gespräche, wo man nicht immer einer Meinung ist. Aber das Entscheidende ist hierbei, dass es ein gemeinsames Grundverständnis geben muss, was es gibt, und es muss ein Commitment geben, was es gibt. Ich würde nur dann mich gezwungen sehen, mich stärker einzubringen oder stärker zu äußern oder mich zu bewegen, wenn ich merke, dass von dem Grundverständnis und von dem Commitment komplett abgewichen wird. Und da gibt es aber, wie ich schon gesagt hatte, überhaupt keine Anhaltspunkte in den ersten sechs Monaten, sondern im Gegenteil, Sie haben es alle verfolgt in den letzten Wochen, viele entscheidende und wichtige Schritte, die ganz klar darauf deuten, dass alle nach vorne wollen, sich entwickeln wollen, in die Zukunft wollen. Das Nächste wird natürlich sein, wie Michael Preetz gerade gesagt hat, Abstiegskampf muss absolviert werden und gemeistert werden, ganz klar. Aber dann müssen wir uns, und das hat es vielleicht früher nicht in der Klarheit so gegeben, weil es auch Beschränkungen gab und Einschränkungen gab, aber dann müssen wir uns committen und sagen, okay, wir haben ein Ziel. Das Ziel ist, in der nächsten Saison das zu erreichen. Und da müssen alle versuchen, sich an das Commitment zu halten und das Ziel zu erreichen. Und dann muss man, wenn man das nicht erreicht, muss man sich hinstellen, was passiert, woran lag es. Das ist manchmal vielleicht dann unangenehm, aber wenn man sich Ziele setzt und die auch kommuniziert und die nicht erreicht, dann ist da bei jedem natürlich immer eine Angst, wie steht man da, wir haben ein Ziel gesetzt, wir haben es nicht erreicht. Aber ohne das wird es nicht gehen und ich glaube, wir sind uns alle klar, was die Ziele sind für nächstes Jahr, für übernächstes Jahr und wir müssen die, egal wie, irgendwie erreichen. Aber nicht mit der Brechstange und das macht doch keiner. Das ist auch nicht mein Ziel, dass ich mit der Brechstange die Hertha-Kultur verändern will. Und ich habe sehr intensiv verfolgt in meiner Freizeit, die ich zwar zu wenig habe, aber die ich dann gerne dafür investiert habe, was die Mitglieder sagen und denken. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, was die Fans sagen und denken. Und natürlich gibt es immer Leute, die kritisch sind. Es gibt auch immer Leute, die meiner Person gegenüber kritisch sind, dass sie auch immer bleiben werden. Aber die überwiegende Mehrheit, das spürt man, das merkt man, das hört man, das sieht man. Der Fans und der Mitglieder, die wollen, dass Hertha BSC sich entwickelt. Nicht so bleibt wie die letzten 20, 30, 40 Jahre, sondern die alten Traditionen, Werte bewahrt, aber sich erneuert und nach vorne kommt, nach oben kommt, erfolgreicher wird, oben mitspielt. Das ist ganz klar zu spüren. Das ist nicht nur eine Idee von Herrn Windhorst oder Herrn Gegenbauer oder Herrn Preeß, das will auch der Verein, das will die überwiegende Mehrzahl der Fans und der Mitglieder. Die wollen einen erfolgreichen Klub haben, der oben mitspielt. Und von daher bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam das erreichen, weil es Endeffekt die Mehrheit will. Und somit werden wir das Ziel mit allen Kräften angehen und mit Sicherheit auch erreichen werden. Dann sage ich Ihnen allen herzlichen Dank fürs Kommen. Bei uns geht es morgen sportlich weiter um 11.30 Uhr mit Alexander Nuri und mit Michael Preeß. Herzlichen Dank an Herrn Windhorst, an Herrn Gegenbauer und Michael Preeß und vielen Dank. Wir bedanken uns. Danke. 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 Danke.